Die Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Guten Abend. Wie jeden Samstag gibt es jede Menge Sport. Nachher mit Rudi Zenne. Jawohl. Schönen guten Abend. Hallo. Dann haben wir am K-Samstag schließe ich heute diese Themen. Protest gegen Krieg und Aufrüstung. Die Ostermärsche in mehr als 70 Städten in Deutschland erreichen ihren Höhepunkt. Kommunalwahlen in der Türkei. Präsident Erdogan will morgen mit seiner AKP Istanbul aus den Händen der Opposition zurückerobern. Und Sahara-Staub über Deutschland. Südwind trägt rote Sandpartikel über tausende Kilometer und trübt die Sicht gelblich ein. Wir starten mit den bundesweiten Ostermärschen am heutigen K-Samstag in die Sendung. Wie etwa in Leipzig, Köln oder München forderten die Teilnehmer mehr Abrüstung sowie Frieden in der Ukraine und Nahost. Bundeskanzler Scholz machte in seiner Videobotschaft noch einmal deutlich, wie wichtig die deutsche Unterstützung für die Ukraine sei. Ähnlich äußerte sich auch Wirtschaftsminister Habeck. Markus Aust fasst zusammen. Ostermärsche in Zeiten der Kriege. Bundesweit gingen heute Menschen auf die Straße, um für Frieden in der Ukraine und im Gazastreifen zu demonstrieren. Wir setzen uns ein für einen Waffenstillstand, damit dort das Töten beendet wird und langfristig natürlich eine politische, diplomatische Lösung für diese beiden Konflikte gefunden wird. Mehr Zulauf als in den letzten Jahren gab es dafür heute nicht. In Berlin schlossen sich 3500 der Kundgebung an. Beim Auftakt des dreitägigen Ostermarsches an Rhein und Ruhr waren es rund 300. Geringe Anteilnahme trotz multipler Krisen. Experten wundert das nicht. Die Forderungen sind teilweise sehr allgemein für Frieden, für mehr Diplomatie. Das mag abstrakt richtig sein. Es bleibt aber offen, wie dieser Frieden und was für ein Frieden erreicht werden soll. Es bleibt ungeklärt, welche Wege zu diesem Frieden gegangen werden müssen. Und daher sind diese Forderungen nicht sehr glaubhaft. Einem Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine erteilt der Bundeskanzler heute in einer Videobotschaft zu Ostern erneut eine Absage. Wir alle sehnen uns nach einer friedlicheren Welt. Aber das ist auch wahr. Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung. Frieden ohne Gerechtigkeit gibt es nicht. Deshalb unterstützen wir die Ukraine in ihrem Kampf für einen gerechten Frieden, solange wie das nötig ist. Wir tun das auch für uns, für unsere Sicherheit. Vizekanzler Habeck betont, ebenfalls in einer Videoansprache, dass Frieden in der Ukraine aktuell weit entfernt ist. Wir sehnen uns nach Frieden. Ja. Aber die ehrliche, die bittere Antwort ist, es wird vermutlich kein rasches, gutes Ende geben, auch wenn wir uns anderes wünschen. Wir müssen uns auf die Bedrohungslage einstellen. Alles andere wäre naiv. Das wird sie nicht daran hindern, weiter zu hoffen auf Frieden durch Abrüstung. Bis Ostermontag sind Dutzende weitere Ostermärsche geplant. Nachdem zuletzt der höchste Militärchef der Ukraine seinen Posten räumen musste, entließ Präsident Zelensky jetzt mehrere Berater, unter anderem auch seinen Assistenten. Und all das dürften Anzeichen für die hoch angespannte Lage an der Front sein. Russlands Militär ist vielerorts auf dem Vormarsch. Tausende Ukrainer sterben oder werden schwer verletzt. Nur ganz wenige Verwundete können die bestmögliche Hilfe erhalten. Ihre verlorenen Gliedmaßen werden durch Hightech-Prothesen ersetzt. Henna Hebestreit. Diese Hand gehört zum neuen Arm von Oleksander. Seinen eigenen hat ihm der Krieg genommen. Bewegen kann er ihn schon etwas, auch wenn die Hightech-Prothese noch an einem Stativ hängt. Aufgeklebte Sensoren übertragen seine Muskelsignale. Es sind viele Muskeln beteiligt. Man braucht Training, viel Training, um den Arm richtig einzustellen. Rund drei Monate wird Oleksander brauchen, bis Arm, Ellenbogen und Hand aus Kohlefaser das tun, was er von ihnen will. Und die Prothese mit Hilfe eines Titan-Implantats im Knochen montiert werden kann. Viele Soldaten sind schwer verletzt aus dem Krieg zurückgekehrt. Der ukrainische Staat verspricht jedem Ersatz für verlorene Gliedmaßen. Doch diese Hightech-Prothesen bekommen nur die wenigsten, etwa vier bis sechs im Monat. Das liegt an den Mitteln. Wenn wir Sponsoren finden und Zuschüsse für moderne Prothesen erhalten, könnten wir noch viel mehr tun. Rund 100.000 Euro kostet so eine Hightech-Prothese, die ihm bereits gut im Alltag hilft. Der Staat zahlt den Preis eines konventionellen Ersatzarmes maximal die Hälfte. Für den Rest müssen private Geldgeber gefunden werden, aber es lohnt sich. Jeder Griff kann auf dieser Prothese nachgebildet werden. Sehen Sie, hier biegen sich die Finger gleich an mehreren Gelenken. Das heißt, ich kann fast alles richtig greifen. Der Krieg ist ein schrecklicher Motor für den Fortschritt. Und irgendwie eröffnet er das Zusammenwachsen von Mensch und Maschine. Gerade erst ordnete der internationale Gerichtshof an, Israel müsse mehr Hilfe nach Gaza lassen. Beim Kampf um die wenigen Hilfslieferungen, die es hineinschaffen, entstehen häufig Massenpanik und Tumulte. So auch heute in Gaza-Stadt. Wieder gab es Tote, wieder Verletzte. Thomas Reichert berichtet. Es ist früh am Morgen in Gazastadt, als 15 Lkw mit Mehl ankommen. Tausende wollen etwas davon abbekommen. Die Situation gerät außer Kontrolle. Schüsse sind zu hören. Die Lkw rasen davon. Augenzeugen berichten, für die Verteilung zuständige Palästinenser hätten in die Luft geschossen. Auch israelische Soldaten sollen gefeuert haben. Am Ende sind laut palästinensischem Roten Halben und fünf Menschen tot. Drei davon erschossen. 30 sind verletzt. Hilfe für Zivilisten in diesem Krieg. Dafür arbeitet im Süden von Gaza auch Patrick Münz von der Hilfsorganisation CADUS. Gemeinsam mit dem Roten Halbmond versorgen sie hier Verletzte. Wir haben am Tag zwischen 25 und 45 Patientinnen, die wir hier versorgen. Die eben teils mit sehr schweren Verletzungen hier eingeliefert werden. Zum Teil Schusswunden, Schrapnelle oder eben auch Knochenbrüche. Wir hatten schon Menschen, die von diesen Airdrops getroffen worden sind. An diesem Tag wird ein Mann eingeliefert, der von einer Kugel oberhalb des Knöchels getroffen wurde. Er hat Glück. Der Knochen ist nicht gesplittert. Eine Fleischwunde. Entscheidend aber ist, dass er es überhaupt zur Versorgungsstation geschafft hat. Auch hier ist es eben super schwierig, dass die Menschen überhaupt unseren Stabilisierungspunkt erreichen, weil es kaum möglich ist für Ambulanzen in die rote Zone, also in die Zone zu fahren, wo die Gefechte stattfinden, um dann verletzte Zivilistinnen zu evakuieren. Diese Gefechte finden derzeit statt mit besonderer Heftigkeit, vor allem um das Schieferkrankenhaus. Israels Armee geht dort gegen die Hamas vor, die sich im Krankenhaus verschanzt hat und damit auch dafür sorgt, dass die Zivilbevölkerung zwischen die Fronten gerät. Sprechen wir darüber mit Thomas Reichert in Tel Aviv. Thomas, die Zivilbevölkerung als Schutzschild der Hamas angesichts des großen Leids. Warum ändert die Hamas diese Strategie nicht? Die Hamas ändert das deshalb nicht, weil so zynisch das klingt, diese Strategie für sie selbst bislang durchaus erfolgreich war. Die Hamas hat die Zivilbevölkerung in Gaza als Geisel genommen. Sie versteckt sich dahinter und führt von dort aus den eigenen Überlebenskampf als Terrororganisation. Man sieht das am besten am Archieferkrankenhaus in Gaza statt, wo die Hamas die Kämpfe führt aus der Entbindungsstation oder aus der Notaufnahme heraus. Das ist auch einer der Gründe, warum die Zahl der zivilen Opfer bei diesem Konflikt noch viel höher ist als sonst. Das Kalkül der Hamas geht ungefähr so. Je größer das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza, desto höher ist auch der Druck auf Israel. Und desto größer sind umgekehrt die Chancen für die Hamas, bei Verhandlungen möglichst viel für sich selbst herauszuschlagen. Diese Verhandlungen sollen jetzt fortgeführt werden und wieder aufgenommen werden in Doha und Kairo. Aber ob beide Seiten da, wie auch vom UN-Sicherheitsrat gefordert, sich wirklich einigen werden auf eine Feuerpause und auf die Freilassung von Geiseln, das ist Stand jetzt mehr als offen. Vielen Dank nach Tel Aviv, Thomas Reichert. Die Kriege dieser Welt, sie beschäftigen auch den Vatikan. In der Osternacht steht Rom aber im Zeichen des Glaubens an die Auferstehung Jesu. Auch Papst Franziskus will an der Feier im Petersdom teilnehmen. Wegen seiner angeschlagenen Gesundheit konnte Franziskus gestern nicht die Kreuzwegprozession am Kolosseum begleiten. Die 14 Stationen sollen den Leidensweg Jesu am Tag seiner Kreuzigung nachzeichnen. Trotz ziemlich angespannter Haushaltslage will Finanzminister Lindner Millionen Bürgerinnen und Bürger steuerlich entlasten, und zwar noch dieses Jahr. Nach der Erhöhung des Bürgergeldes im Januar müsse jetzt auch rückwirkend der Grundfreibetrag in der Lohn- und Einkommenssteuer erhöht werden, sagte Lindner. Diese Nachricht lässt aufhorchen. Der Kurschef der Linken, Schirdewahn, ist offen für eine Koalition mit dem neu gegründeten BSW in Thüringen. Die Partei rund um Sarah Wagenknecht hatte sich gerade erst von den Linken abgespalten. Alle demokratischen Kräfte müssten mindestens in der Lage sein, miteinander zu reden, gerade wenn es darum gehe, den Aufstieg des neuen Faschismus zu verhindern, so Schirdewahn in der Rheinischen Post. In Thüringen wird am 1. September gewählt. Wer Istanbul regiert, der regiert die Türkei. Das hat der türkische Präsident Erdogan einmal gesagt. Vor fünf Jahren allerdings, da verlor Erdogans AKP die 16-Millionen-Einwohner-Metropole an die Oppositionspartei CHP. Bei den Kommunalwahlen morgen in der Türkei setzt die AKP deshalb alles daran, Istanbul von der CHP zurückzuerobern. Über den Stimmungstest, auch für Präsident Erdogan persönlich, berichtet Föbe Gahr. Eigentlich geht es bei der Wahl am Sonntag um Stadträte und Bürgermeister. Doch für den mächtigsten Mann der Türkei scheint es gerade kaum Wichtigeres zu geben. Vor allem in Istanbul wirbt Erdogan für seinen Kandidaten der AKP. Unser Parteikader muss noch hart arbeiten, es ist nicht mehr viel Zeit übrig. Unsere Frauengruppen werden noch hart arbeiten, die Jugendgruppe muss noch hart arbeiten und morgen werden wir die Wahlurnen schützen gehen. Vor fünf Jahren gewann die Oppositionelle CHP das Bürgermeisteramt. Sollte Ekrem Imamoglu es morgen verteidigen, gilt er als wahrscheinlichster Herausforderer bei den nächsten Präsidentschaftswahlen. Um das zu verhindern, schickt Ankara seine Minister in den lokalen Wahlkampf. Es gibt viele Aufgaben in der Außenpolitik, aber der Minister ist hier. Der Innenminister ist für die Sicherheit der Wahl verantwortlich, wirkt aber in jedem Geschäft hier um Stimmen. Wie kann man das mit seinem Gewissen vereinbaren? Ständig steigende Miet- und Lebensmittelpreise sowie eine rasende Inflation bestimmen den türkischen Alltag. Sie machen die Kommunalwahl auch zur Abstimmung über Erdogans Wirtschaftspolitik. Alle sind hungrig. Dank Bürgermeister Ekrem werden wir siegen. In drei bis vier Jahren wird die CHP dann an der Macht sein. Ich werde für Murat Kurum von der AKP stimmen. Er ist der Verlässlichste und kümmert sich um unser Land. Kurum oder Imamoglu, Erdogans Mann oder der Gegenentwurf zu Ankaras Kurs. Umfragen sagen für die Bosporus-Metropole ein knappes Ergebnis voraus. In der niederländischen Stadt Ede hat ein Mann vier Menschen als Geiseln in einem Café gehalten. Nach stundenlangen Verhandlungen ergab er sich der Polizei. Der Täter hatte die Geiseln mit Messern bedroht. Sein Motiv ist bislang unklar. Nach Hinweisen auf eine Sprengstoffgefahr hatten Einsatzkräfte den Tatort großräumig abgeriegelt. Und 150 Wohnungen wurden zwischenzeitlich evakuiert. Der Forderung nach politischer Aufarbeitung der Corona-Pandemie schließt sich jetzt auch FDP-Bundesjustizminister Buschmann an. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, wenn in so massiver Art in die Grundrechte eingegriffen werde, müsse man das im Nachgang kritisch auf den Prüfstand stellen und gemeinsam aus den Fehlern lernen. Nach Madagaskar, den Inselstaat südöstlich vom afrikanischen Festland. Dort hat ein tropischer Wirbelsturm für Zerstörung gesorgt. Bislang melden die Behörden 18 Tote. Weitere Menschen werden vermisst. Der Zyklon hat ganze Dörfer unter Wasser gesetzt. Felder sind überflutet. Zehntausende Menschen sind betroffen. In den letzten zwei Jahren wurde Madagaskar von zehn starken Wirbelstürmen getroffen. Das milde Osterwetter bei uns, das hat viele Urlauber an die Küsten gelockt. Auch auf Rügen freuen sich Hoteliers und Restaurants über die Gäste. Gleichzeitig aber wächst dort der Widerstand gegen das neue LNG-Terminal. Viele Einheimische machen sich Sorgen, dass die riesigen Schiffe in Sichtweite des Ostsee-Bades Binns manche vom Urlaub in der Gegend abhalten. Arne Stadtfeld berichtet. Der Protest auf Rügen reißt nicht ab. Seit mehr als einem Jahr demonstrieren Einheimische gegen ein vom Bund beschlossenes Terminal für verflüssigtes Erdgas an ihrer Küste. Dieses Terminal hat nichts mit Naturschutz, nichts mit Klimaschutz und erst recht nichts mit Klimagerechtigkeit zu tun. Wir kämpfen auch gegen LNG, weil es schlecht fürs Klima ist. Außerdem fürchten Anwohner Lärm und Einbußen für den Tourismus. Im Hafen von Mukran, die Energos Power, ein Spezialschiff, das ein Teil des neuen Terminals ist. Derzeit ist die gesamte Anlage im Probebetrieb. Nur wenige Kilometer entfernt das Ostseebad Binns, einer der Touristen-Hotspots der Insel. Ulf Dormann betreibt hier ein Geschäft für exklusive Mode. Außerdem vermietet der Unternehmer Strandkörbe und Apartments, lebt vom Tourismus. Das Thema LNG ist ja eher Industrie als Tourismus und Natur. Da muss man auch kein Mathematiker oder Atomphysiker sein, um zu verstehen, dass das irgendwie Unverträglichkeiten gibt. Trotz der LNG-Tanker, Hotels und Ferienwohnungen sind gut gebucht. Die Osterferien, traditioneller Saisonauftakt der Tourismusbranche im Land. Man sieht es hier natürlich auch immer gleich, wenn man hier an der Promenade ist, ist es nicht sehr schön. Aber es scheint Zeitung nicht änderbar zu sein. Alle wollen ein warmes Haus haben. Ich meine, die sind ja fürs Gas da und ich denke, das ist wichtiger, ob man da ein paar Schiffe sieht oder nicht. Das Ostseebad Binns will gegen das Projekt klagen. Die Stadt Sassnitz sieht wiederum Chancen. Der Hafen gehört zu 90 Prozent der Gemeinde. Das Terminal ein Wirtschaftsfaktor. Wir erwarten natürlich schon entsprechende Einnahmen. Wir werden natürlich auch durch die Kombination Energie- und Industriestandort natürlich auch weitergehende Ansiedlungsgespräche führen und dann natürlich klar Arbeitsplätze. Die endgültige Betriebserlaubnis für das LNG-Terminal auf Rügen wird in den nächsten Wochen erwartet. Wir erleben gerade wieder ein Wetterphänomen, das die Sicht auf die Dinge verändert. Es geht um Sahara-Staub. Nachdem die Sandkörner erst die Schweiz und Österreich einhüllten, wehte die Wolke weiter zu uns ins Land. Wohin genau? Was es überhaupt mit Sahara-Staub auf sich hat und was vielleicht bei der nächsten Autowäsche zu beachten wäre? Dazu Julia Schröter. Die Sonne kaum zu sehen, der Himmel milchig trüb. Die Stimmung fast ein wenig gespenstisch. So wie hier im sächsischen Annaberg-Buchholz sah es heute an vielen Orten aus. Der Sahara-Staub vernebelt die Sicht, auch ganz unmittelbar, mit Sand auf der Windschutzscheibe. Damit der Staub uns hier in Deutschland erreicht, muss einiges zusammenkommen. Zunächst einmal muss der Sahara-Staub aufgewirbelt werden. Dazu brauchen wir viel Wind, am besten Sturm. Und dann müssen die tiefsten Europa so stark sein und gerade so ziehen, dass sie den Staub in vielen Kilometer Höhen über die Alpen von Süden nach Norden transportieren. Selten ist das Phänomen nicht. Es tritt zwischen 5 und 15 Mal pro Jahr auf. Aber dieses Mal ist es ungewöhnlich intensiv, sagt auch der Deutsche Wetterdienst. Besonders viel Staub ist von Afrika aus in nördlicher Richtung direkt nach Deutschland getrieben worden und hat sich über das ganze Land verteilt. Der Staub kann entweder einfach zu Boden sinken, dann ist es ganz normaler Dünger für die Natur, denn er besteht aus Mineralstoffen, aus Quarz, aus Eisenoxiden und aus Silikaten. Er kann allerdings auch vom Regen oder auch von Schnee ausgewaschen werden aus der Atmosphäre. Das könnte man dann Blutregen nennen, weil das, was da unten ankommt, ja so eine ockergelbe bis rotbraune Farbe hat. Dieser sogenannte Blutregen sieht zum Beispiel auf Autos so aus. Weil die Sandpartikel so scharfkantig sind, empfiehlt der ADAC eine gründliche Wagenwäsche mit viel Wasser, damit der Lack nicht leidet. Herr Rudi hat es mal wieder gewusst mit dem viel Wasser. Jetzt sind wir beim Sport und wir beginnen mit Frauenfußball. Da gab es ein sehr deutliches Ergebnis. Genau, man spricht ja gerne von einem Torfestival. Die Spielerinnen des VfL Wolfsburg deklassierten im Halbfinale des DFB-Pokals die SGS Essen mit 9 zu 0. Eine Woche nach der Niederlage im Ligaspitzenspiel gegen Bayern München ließ Wolfsburg diesmal nichts anbrennen und zog souverän ins Pokalfinale ein. 14 Minuten dauert es, da eröffnet Jule Brandt nach einer Flanke von Lin Wilms den Tor rein. Wievien Endemann trifft heute insgesamt dreimal, wie hier zum 3 zu 0 Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte legen die Wölfinnen noch zu. Dominik Jansen in der 66. Minute mit dem 5 zu 0. Besonders unglücklich Emily Jösters Eigentor zum 6 zu 0 für den VfL. Den Schlusspunkt setzt mit dem 9 zu 0 Kapitänin Svenja Huth, die vor knapp zwei Wochen aus der Nationalelf zurückgetreten ist. Für Wolfsburg will sie weiterspielen. Das kann sie zum Beispiel am 9. Mai. In Köln steht Wolfsburg dann zum 10. Mal nacheinander im Pokalfinale, will den insgesamt 11. Titel. Gegnerinnen Bayern oder Frankfurt. Und dann die Männer, 27. Spieltag in der Bundesliga. Leverkusens Trainer Xavi Alonso ist zufrieden. Seine Mannschaft bleibt in dieser Saison weiterhin unbesiegt und gewinnt 2 zu 1 nach Rückstand gegen Hoffenheim mit einem Last-Minute-Treffer. Leipzig gegen Mainz torlos, ebenso wie Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Glatzbach verliert 0 zu 3 gegen Freiburg. Gelungener Einstand für Wolfsburgs Trainer Ralf Hasenhüttl 2 zu 0 in Bremen. Das Topspiel Bayern gegen Dortmund ausführlich im Sportstudio. Leverkusen vorübergehend mit 13 Punkten Vorsprung vor den Münchnern. Neuer Vierter vor Dortmund Leipzig. Freiburg verbessert sich um zwei Plätze auf sieben. Werder Bremen Zehnter. Mainz bleibt Sechzehnter auf den direkten Abstiegsplätzen Köln und Darmstadt. Der Spieltag wie gewohnt im aktuellen Sportstudio am Abend im Livestream um 22.30 Uhr und im TV um 23.00 Uhr Gast ist übrigens Nationalspieler Robin Gosens von Union Berlin. Tennis-Profi Alexander Zverev hat nach einem hochklassigen Halbfinale das Endspiel des Masters-Turniers von Miami knapp verpasst. Dabei durfte sich am Ende nicht nur sein überragend spielender Gegner Grigor Dimitrov, sondern auch das Publikum als Sieger füllen. Die Tennis-Fans wissen gar nicht wohin mit ihrer Begeisterung über ein Halbfinale der Extraklasse. Den ersten Satz holt sich im Bild unten Grigor Dimitrov mit beherztem Angriffstennis zum ersten Break. 6 zu 4 für den Bugaren. Doch Zverev bleibt dran. Der Deutsche erreicht im zweiten Satz den Thai-Break und gewinnt ihn dank mutiger Schläge wie dem folgenden mit 7 zu 4. Den Unterschied macht die Verwertung der wenigen Break-Bälle. Zverev kann keine seiner beiden Gelegenheiten nutzen. Dimitrov dagegen verwandelt seine beiden. Den zweiten sogar im Fallen. Am Ende siegt der 32-Jährige mit 6 zu 4, 6 zu 7 und 6 zu 4. Im Finale trifft er auf Australian Open-Sieger Yannick Sinner. Und schnell noch aufs Eis. Die Straubing Tigers haben das Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey-Liga erreicht. Das Team behielt im entscheidenden siebten Spiel gegen die Schwenninger Wild Wings die Nerven und Siegte mit 3 zu 2. Straubing schaffte es damit erstmals seit zwölf Jahren wieder in die Vorschlussrunde und trifft bereits Ostermontag auf Rekordmeister Eisbären Berlin. Die haben keine Pause. So, so. Du auch nicht. Danke schön, Rudi. So, jetzt zu dem Thema, das garantiert zweimal im Jahr für sehr viel Gesprächsstoff sorgt. Die Zeitumstellung. Die Uhren werden, ja genau, um eine Stunde vorgestellt von 2 auf 3. Damit beginnt die 45. Sommerzeit seit 1980. Die Erfinder der neuen Zeit glaubten damals, damit ließe sich in Deutschland viel Energie sparen. Hat sich nicht bewahrheitet. Für Sammler von Uhren, die keinen Funkmechanismus haben, bedeutet das Datum ungewohnt viel Handarbeit. So, wie sich Wetter und Sahara-Staub weiterentwickeln, dazu gleich alles, was Sie wissen müssen von Katja Hornefer. Das Heute-Journal mit Marietta Slonka gibt es heute um 22.45 Uhr. Schönen Dank und für Sie noch einen entspannten Abend. Wer das große Gans im Blick haben will, muss vor allem die Zusammenhänge verstehen. Und man muss in jeder Situation den Überblick behalten. Kompetenz zahlt sich aus, auch bei Ihrer Geldanlage. Union Investment. Aus Geld Zukunft machen. Bestelle jetzt den aktuellen Stiftung-Warentest-Sieger auf bit1.de. Das muss der Wetter. Guten Abend. Heute kratzen die Temperaturen zum Beispiel in Cottbus an der 25-Grad-Marke. Im Westen blieb es bei nur 12 Grad deutlich milder. Und Sie alle haben mitbekommen, dass der Sahara-Staub angekommen ist. Die Frage ist ja, wann werden wir den wieder los? Das klappt bis Ostermontagabend. Und zwar mit verschiedenen Tiefs. Vor allen Dingen mit diesem Tief, das bis Ostermontagabend die Ostsee erreicht haben wird. Den ersten Blutregen, also dieses Auswaschen des Sahara-Staubs, können wir allerdings schon heute Nacht beobachten hier im Südwesten. An der Nordsee gibt es einige Regenschauer und Gewitter. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 3 Grad und liegen dann morgen bei 12, 13 Grad an der Nordsee und 21 Grad in der Lausitz. Der Regen der Nacht erreicht morgen Vormittag schon den Nordwesten. Am Nachmittag gibt es dann hier westlich des Rheins und später auch in Baden-Württemberg Regenschauer und Gewitter. Am längsten trocken und freundlich bleibt es noch im Osten. Und am Ostermontag kommt dann dieses angesprochene Tief heran. Das zieht über den Westen und Norden hinweg bei Höchsttemperaturen von 11 bis 20 Grad. Danach geht es deutlich wechselhafter, windiger und kühler weiter. Frohe Ostern!